Man lernt sich irgendwo beim Swipen kennen und trifft sich irgendwann beim Tinder-Date. Ein irgendwas, das Profil kaum zu erkennen, verführt dazu, sich wieder schnell zu trennen. Dann im Kino die Memo, oh sorry, I'm late. Man findet sich nice und ahnt schon den Fick, bei wenig Licht und Einhornkondom. Oh je, es kam ihm doch ganz quick und auf einmal siehst du, er ist ja dick, das übrige erledigt das Smartphone. Man trifft sich im Gewühl der Großstadtstraßen, zu Hause geht es nicht, die Mutter spioniert, durch das Gewirr von Lärm und Autorasen, vorbei am Hate der Hipster-Phrasen und die Veganerin sie missioniert. Man küsst sich nicht auf stillen Bänken, dort sind die Bitches mit den Uckboots, Erotik muss sich nicht auf zu Hause beschränken, als ob wir danach noch an uns denken, man spricht konkret und sagt, send nudes. Man schenkt sich keine Rosen und Narzissen, per Ghosten zieht man sich raus, keiner wird einander missen, lässt man es den anderen durch Smartphone wissen und per Whatsapp das Wörtchen aus. Und die Moral von der Geschichte, Tinder lohnt sich oder nicht. Piepen von der Geschichte, Tinder lohnt sich auch mal die